Herzlich willkommen zur Adventsandacht. Nachdem diese Woche nun zweimal das Marianne-Weber-Gymnasium die Sitz- und Stehplätze dieser Kirche gefüllt hat, finden wir uns wieder in der kleineren Runde der Adventsandachten und freuen uns auf Aufführungen des Weihnachtsoratoriums morgen hier. Also es ist so, dass die Leute vier Wochen lang zu Pfarrern sagen, ach sie haben ja bestimmt so viel Stress in der Adventszeit, sehr armer. Dann kann ich meistens sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil es zum Beispiel so was Schönes gibt wie die Adventsandachten hier in der Kirche, wo ich ja nicht nur hingehe, wenn ich dienstlich da bin, sondern auch wenn die Glocken läuten, ich wohne gegenüber und habe Zeit, gehe ich halt hin. Zum Beispiel gehe ich gerne Heiligabend morgens in die Kirche, wenn alles abgeschlossen ist und nur der Kantor an seiner Orgel ist und die Orgel stimmt. Das ist ein so ruhiger Moment, man sieht eingedeckt sozusagen die Plätze für die Tausenden, die dann kommen sollen und hört nur die Orgelstimmen. Wunderbar. Ja, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn man Gemeindepfarrer wird, denn das geht schon damit los, dass man sich nicht aussuchen kann, wo man wohnt, aber man lebt eben doch so ein bisschen eben auch öffentlich auf dem Präsentierten. Ich wohne hier direkt gegenüber der Kirche und wenn Leute mal was wollen von Pfarrer oder Kirche, dann gehen die eben nur so zwei, drei Häuser ab, ah, Pfarrhaus und Schellen. Und natürlich wird da nicht gefragt, ob man gerade Urlaub hat oder ob Feierabend ist oder Wochenende, aber ich finde, das gehört eben auch zum Berufsethos dazu. Das ist so die, na sagen wir mal, die Besonderheit des evangelischen Modells von Pfarrer sein. Also man lebt im Pfarrhaus, in der Stadt, man hat Teil am Leben, teilt das Leben ja mit den Leuten und dann ist Kirche und Gottesdienst ein wichtiger Punkt, aber eben gar nicht der einzige. Und dass man im Laufe des ganzen Jahres ja vieles miteinander teilt. Also man sieht sie vielleicht bei einer Trauerfeier, man sieht sie sonntags mal im Gottesdienst, man sieht sie aber auf dem Marktplatz beim Einkaufen. Liebe Adventsandachtsgemeinde, Adventszeit ist Wartezeit. Also da ich jeden Heiligen Abend mindestens zwei Gottesdienste dienstlich habe, in denen wir sind, ist dann zu Hause, ist irgendwann bestimmt auch mal so, dass wir sagen, jetzt gibt es lecker was zu essen und auch ein bisschen was auszupacken. Und eigentlich kann ich meiner Frau dankbar sein, dass sie das so mitmacht und die Kinder haben sich das irgendwie nicht ausgesucht, die sind da reingeboren. Als Pfarrersfamilie ist man dann immer ein bisschen gezeichnet davon, dass Weihnachten dann ja auch Dienst ist. Also wenn alle frei haben und irgendwann einfach nur noch die Beine von sich strecken, heißt es dann raus zur Kirche, aber das ist eben auch wunderbar. Also ich habe das noch nicht ein einziges Weihnachten bedauert, dienstlich dann auch eben mit Weihnachten zu tun zu haben. Wenn ich Heiligabend hier auf der Kanzel stehe und da sitzen ungefähr 1000 Leute und ich gucke denen in die Augen und würde mal behaupten, die meisten kommen dahin mit Erwartung und freuen sich. Dann denke ich, toll. Also das ist allen Einsatz wert. Sie sollen etwas im Gang setzen. Die große Chance von Weihnachten ist ja, dass unheimlich viele Leute kommen, die sonst nie kommen. Und manchmal sagen Leute, ist es eigentlich richtig, dass Leute, die das ganze Jahr nicht kommen, auf einmal da sind. Doch, sage ich, klar, herzlich willkommen an alle. Überall da, wo so etwas gelingt und anfängt zu gelingen, da wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Amen. Aber ansonsten glaube ich, die Leute suchen schon auch das Traditionelle. Also zum Beispiel klassische Weihnachtsmusik. Das mögen die Leute. Also wenn hier Chöre und Orchester spielen, dann ist das eben mit keiner CD zu Hause vergleichbar. Oder eben einfach in einem riesigen Gebäude zu sein, das 800 Jahre alt ist, mit vielleicht tausend anderen und hunderte Kerzen beleuchtend ist. Das kann man mit keiner elektrischen Lichterkette in der Funktionzone oder Jingle-Bads-Hintergrundmusik oder so aufwerten. Ich glaube, die Botschaft, die ausgeht von so einer doch eher sogar nüchternen Kirche mit diesem schlichten Katzenschmuck, mit diesem schlichten Baum, der schönen Musik, ist schon nochmal so eine Ahnung davon zu vermitteln, wie könnte es denn auch noch gehen. Ansonsten gibt es natürlich sozusagen die Kraft in der Tiefe, ist letztlich der Glaube, auf den sich Kirchelinien bezieht. Jesus Christus, Karfreitag gestorben, bekreuzigt, Ostern auferstanden. Das ist sozusagen das Urbild dafür, dass es das geben kann, dass aus Tod neues Leben kommt, also dass es wieder neue Möglichkeiten gibt zum Leben. Wenn man sich wie tot fühlt oder alles wie zu Ende aussieht, neue Perspektiven sich auftun. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und ja, ich würde sagen, Weihnachten jedes Jahr aufs Neue bringt davon wieder eine Ahnung. Es kommt ein Schiff geladen. Das haben wir gerade vom Glockenspiel gehört und das singen wir auch, die Nummer 8. Der Urgedanke von Weihnachten überhaupt ist ja der, mit Jesus kommt was Neues in die Welt, was Besonderes, was auch mit dem Leben von Menschen zu tun hat. Und ich glaube, das kriegen wir hier vermittelt. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass also Weihnachten nicht einfach nur Lebkuchen, Stollen, Ganzen und so weiter ist, sondern dass da was Wichtiges gesagt wird für mein Leben. Und jetzt in der Adventszeit, am dritten Advent ist der Wochenspruch, gibt es immer so ein Bibelwort des Ausgubbes für jede Adventswoche, hebt auf eure Häupter und weil sie eure Erlösung naht. Und ich finde so dieses Aufheben des Hauptes und der Augen, wieder nach vorne gucken, auch wieder sozusagen den klaren Blick kriegen für das, was auch noch alles drin ist im Leben, das finde ich eigentlich total mutmachend. Mach's wie Gott, werde Mensch, das wäre ja schon mal eine schöne Botschaft, die jeder so für sich mitnehmen kann, also menschlich sein.